Hallihallo Hallöle, wir sehen hier Minecraft, und zwar Together, und zwar hier mit diesen netten Projection. Ja, Hallihallo Hallöchen, das ist mal wieder. Diesmal hoffe ich mal nicht so nach verschrägenden Qualität. So, und zwar wollen wir ein Let's Play Together Minecraft machen. Und, ähm, ja, du hast ein ziemlich lustiges Gesicht. Du auch. Oh mein Gott, ich bin durch dich durchgelaufen. Ähm, und zwar im Survival Mode, und mal gucken, wie lang wir survivalen werden. Das, ähm, wird eh ein Spaß werden. Ja, ich würde mal sagen, wir... Ach, du hast schon angefangen, sag das doch! Oh, oh mein Gott, ich muss jetzt nachlegen. Wir machen ein Let's Battle, wer als erstes alle Bäume abgeholzt hat. Alle. Auf der kompletten Minecraft-Weg, ja! Gerne, gerne. Wird's grad dunkel? Hm, nein, eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, wo grad, wo du bist, aber... Ah, über mir ist ne Wolke. Gut. Ja, ich würde sagen, bauen wir, wir bauen zusammen ein Haus, oder? Na gut, aber nur, weil du es bist. Äh, wohin? Sehr lieb, das darfst du entscheiden. Das Problem ist nur, wir sind hier wieder strategisch gut gelandet. Hier ist absolut kein Berg. Ach, das ist köstlich. Das heißt, ich würde mal sagen, wir werden gleich erst mal auf Wanderschaft gehen. Ja. Und uns dann, äh, einen Berg suchen. Okay, ich hab so ein unnüsiges Gefühl, dass du schon Kilometer... Oh, nein, da stehst du. Ich würde nur noch mal kurz den Baum hier mit wegnehmen. Ja. Und ich mach mir schon mal hier diese Wood Planks draus. Das ist super. Davon hab ich 64... Hm, ich hab einen Wood bekommen. So, 64 und 16, also 80. Wir können sprinten durch Doppelt-W-Drücken. Ja. Aber das zieht ordentlich am Hunger. Das heißt, wir sollten irgendwie bald mal was... Nicht sprinten. ...zu Essen suchen. Da hinten sind Kühe. Siehst du mich? Okay, super. Ich find's ja auch diese Hunger-Geschichte nicht unbedingt glücklich gewählt. Ja, also ist es zwar ziemlich realistisch irgendwo dann, oder kommt an die Realität dran, aber... Stirb, Kuh, stirb! Jump in one action with the camera. Ähm... So, ich lass das mal? Okay, du hast das. Hey! Hey! Hildegard! Den Hildegard! Ähm... Aber... Ja, es ist so ein bisschen... Hm. Wo bist du? Hinter dir. Oh. Ja, cool. Wir sind mitten in so einem fetten Weichges... Komm. Mal gucken. Ich geh dir hinterher, also wenn du abkackst, dann... Wir sterben hier zusammen. Grundsätzlich. Ähm... Toll. Ich würd sagen, wir gehen Richtung Nord-Süd-Ost-Wert. Au. Etwa noch nicht? Wo ist Tarzan? Tarzan? Da ist Tarzan. Ich brauch mal kurz Ausblick. Ich weiß grad nicht, wo du bist. Ich bin auf jeden Fall, ähm... Unter dir. Ich hab mir nur kurz den Baum zusammen... Auseinander genommen. Ah, da... Ah, da hinten ist noch ein Grafik-Bug. Äh, ja gut. Trotz hoher Auflösung seh ich nicht wirklich viel Berg. Also, am genau zu sein, gar keinen. Oh, shit, das. Ich würd mal sagen, wir machen einfach mal... Aua. Die gute, alte, bewährte Methode geradeaus laufen. Geht klar. Long line. Das Problem ist nur, äh... Ohne Berg keine Kohle. Ohne Kohle kein Minecraft. Denn Minecraft... Ist da ne Schlucht? Äh... Ein... Weg da. Hey, Party, Party, Party. Ja, nicht Party, Party, Party. Zombie, Zombie, Zombie. Der sieht aber sehr gesund aus. Der sieht aus wie hier. Ja, der brutzelt vor allem ganz schön. Wenn ich einen Schlager auspassiert. Jetzt schlag mal. Oh, oh. Ha, killt. So, vergammeltes Fleisch. Yippie. Coole Sache. Wir gehen nicht in die Höhle. Nicht? Wieso? Ich hab grad ein Skelett gesehen. Wo bist du? Ich sammle hier Pumpkins ein. Wo bist du? Von der Höhle. Cool, ich schlage mit Rom Fleischblätter weg. Wo bist du? Ich seh dich! beat, okay... Die Höhle. Die Höhle. Die Höhle. Die Höhle. Diezy... Dieát, die Tü... Dieh... so okay mir ist das ja hast du da irgendwo eine kleine ebene fläche baumhaus so dann machen wir es geht kann es doch nicht passieren dass uns auf einmal blätter ins haus ragen schlagen wir sie wieder weg naja also schon halt dann oben drauf bauen und meine musik ist gerade ganz schön laut und ich hoffe das hört man im video nicht so laut super also ich bin oben ich auch gleich und ich bin fast am verhungern keine ahnung ich habe mich da überhaupt nicht gewählt oh mein gott hast du holz weggenommen ich habe weggenommen nicht nur ich habe und allgemein ich bin jetzt mal gespannt wird wohnzimmer er ist sicher du bist Architekt gibt es eine Anweisung er kann doch einfach mal das zu schmeißen ja auch noch heute ja genau so nach dem Motto ab und nicht bewegen viele also was heißt viel du kannst auch einfach ins inventar gehen und die rausschmeißen nein ich mach das mit jedem einzelnen gut cool klasse du kannst hier auf der ebene schon mal die das holz ist schon mal die blätter abtragen auf der ebene wo das holz die blätter abtragen geht klar und da drüber halt geht klar geht klar geht klar klärchen so nein bist du da runter gefallen nein ich hab den block zu viel gesetzt so wie war das inventar und dir geben also da liegen jetzt ein paar auf mitten auf dem holz holz ha ihr sollt da runter ich will keine zweige von irgendwas super sieht dieses baum aus gar nicht mal so schlecht da hinten sind berge großer wo genau da wo ich hingucke ja da können wir dann in Staffel 2 hingehen hö hö jetzt sehe ich sie selber nicht mehr ach doch ja wir hätten genau in die andere müssen wir gucken wie wir reinkommen wollen machen wir über leiter ne ja denke ich auch mal dann machen wir hier noch einen ich will dich ja nicht beunruhigen es wird nacht geh mal bitte runter noch ein paar bäume fällen klar dass ich dann auch der jod mit der von einem creeper gekillt wird natürlich ich liebe diesen job was ist denn das verrottet das auf jeden Fall tschüss nein schon wieder verbaut ich holz eine Birke ab Naturkunde in Minecraft zwei Baumarten Birke und nicht Birke ja so in etwa ähm ähm bei mir wird nicht Tag äh nacht weil ich einfach meine meine Helligkeit des Bildschirms hochstelle ja ist ist eine tolle Möglichkeit aber ich sehe gerade beides und das sagt normalerweise immer aus dass es gerade dunkel wird also wollen wir mal kurz die Nacht überspringen solange wir noch nichts richtig haben einmal können wir das machen oder? oder wird überhaupt was auf den Dächern von den Bäumen gespawnt? ich weiß es nicht es geht mir jetzt eher darum dass es Nacht wird und wir dadurch keine Ressourcen abbauen können ich schon halb am verhungern bin und das nicht so ganz lustig wird gleich ein Roar of Minecraft jaaa ich überspring mal die Nacht ne? ja ähm set nul a nul 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 jaaa jetzt kann ich ja wieder alles hell runterstellen jetzt werde ich ja geblendet von mich ey das gibt's nicht wurde früher nicht Birke und nicht Birke nicht voneinander getrennt? also sprich deren Samen waren irgendwie die gleichen? äh in der Alpha vielleicht? keine Ahnung das ist aber schon relativ lange dass es gleich ist ne jetzt ist ja nicht mehr gleich äh ungleich sind ja du verwurrst mich nein war doch nicht so hoch ich helf dir mal ich hab mir natürlich geschickterweise keine Axt gemacht oh ja oben ist aber ne crafting box also ach sehr gut wenn du irgendwie wieder hoch findest dann ne? oben ist ne crafting box ja klar geht klar ich nehm mal wieder mein wie ich hochgekommen bin das letzte mal hier hier da 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 voll genau ne? voll genau ne? da 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 das ist ungefähr so wie so 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 ja wir treffen uns dort dort mit dem und dem und dahin gehen wir dann ja dahin juhu also mein Weg nach oben musst du dir noch einfach fragen ähm Schätzchen was denn? ja und wie komm ich da jetzt rein? haha 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 so bauen wir uns eine Wood Plank ja wie gesagt das Loch um stationieren sie ähm Moment das Loch um oben ach da ja ich hab jetzt draußen etwas dann gebaut für mich ich muss mal selbst grad gucken wie ich nach oben gekommen bin vorhin so 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 ja ungefähr so ging es mir auch aah ich hasse diese Samen von irgendwelchen anorganischen Stoffen äh organischen Stoffen flop schön dass zwei an einer Box gleichzeitig arbeiten können das finde ich ziemlich praktisch ähm lass mich raten das ging früher auch nicht? ich weiß es nicht achso äh ich mach jetzt erstmal Hälfte und eine Drei NEIN NEIN ich hab so gefailt oooh was hast du gemacht? was brauchst du? ich hab mir all mein Holz zu Stickys gemacht ich glaub das ist wirklich gefailt ich wollt nur Leitern machen ich sollte meine Umschalttaste nicht jedesmal gedrückt halten was machst du mit umschaltest du so Richtung umschalt und rechtsklick scheiß ah was denn ne 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 dass du Instantly alle Sachen ins Inventar packst. Ja, solche Tipps könnte man sich vermerken. Ähm... Hast du noch Holzbretter? Ich habe... Ja, habe ich. Du meinst diese Plankteile, diese Kisten, oder? Äh, Kisten? Was meinst du jetzt mit Brettern direkt? Ja, Bretter halt. Ich habe Sticks und Planks. Ja. Ach du Kacke, ich bin halb am verhungern. Ähm, ich muss mal kurz was essen. Oh, ähm, halb am verhungern ist witzig. Ich habe auch noch drei. Ich hatte noch einen. Oh, ähm, Essen ist links, rechts oben... Rechtsklick. Gedrückt halten. Achso, ah, verstehe. Ich habe auch gerade was gegessen. Oh, keine Essanimation. Stirb scharf! Oh, ja. Ich kümmere mich mal in der Zeit ein bisschen mehr ums Wald nochmal eine Runde. Während du und du essen fahrenst. Ich brauche eine Kuh. Oh, ich habe jetzt auch schöne Klaviermusik im Untergrund. Stirb Kuh! Ich weiß ja schon, nach der ersten Stunde haben wir hier ungefähr so... Ja, ganz viel Fleisch. ...Grasland und Ebene. Also da unten ist Wasser. Ey, da ist sogar bisschen Zuckerrohr, das ist super. Zuckerrohr! Und Sand! Wir haben Sand. Du hast den Plan vom Leben. Aber noch sehen! Danke! D 哮g! Vielen Dank.